Leute, warum kann man da kein Block setzen? Was ist das? Was ist das? Ne, äh, Spaß am Rande. Warum? Willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Ihr wisst Bescheid, was abgeht. Runde Bad Wars, 8X1, Q2Void. Und Leute, losge- Ich verspreche mich wieder. Leute, los geht's. Es geht heute um das Thema Weihnachten. Weihnachtsstimmung kommt auf. Weihnachtsstimmung kommt auf. Schnee fällt. Die ganze BW-Szene denkt sich, oh mein Gott, ist der Feuerstein dumm. Was mache ich am PC zur Weihnachtszeit? Richtig, ich werde schön viel streamen. Ich werde oft runterfallen. Und vieles mehr. So Leute, was kriegt ihr eigentlich zu Weihnachten geschenkt? Was esst ihr? Wie viele Leute seid ihr? Okay, um dieses Thema wird es heute nicht nur auf euch, sondern auch auf mich bezogen gehen. Was ist mit mir los? Leute, ist es nur bei mir so oder fallet ihr auch auf heute nur runter? Also no joke jetzt. Ich falle auf heute jede scheiße Runde fünfmal runter. Nur so. Nur so daneben gestellt. Auf jeden Fall, Leute. Bin ich übel im Weihnachtsstimmungsfieber? So, das bedeutet Weihnachtsmusik im Hintergrund. Ihr hört es. Ihr hört es. Bald kommen kooperative Videos mit anderen Leuten. Freut euch auf jeden Fall schon mal auf Kippe der Wolf. Ich denke mal, den kennt ihr sicher. Mit dem wird ein Video demnächst kommen. Zudem haben wir so ein Bett. Und er macht irgendwie nichts dagegen. Leute, warum kann man da kein Block setzen? Was ist das? Was ist das? Ich. Okay, schaut mal. Neroz-Face, ihr seid echt ein geiler Server und so. Aber warum macht ihr denn so viele Kacke? Ich möchte doch nicht immer runterfallen, Mensch. So. Was macht ihr zu Weihnachten? Was kriegt ihr zu Weihnachten? Schreibt es in die Kommentare. Wie viele seid ihr beim Essen? Was esst ihr? Wie feiert ihr? Wo feiert ihr? Feiert ihr angezogen oder feiert ihr nackt? Schreibt es mir in die Kommentare, Leute. Mich interessiert das schon. So. Mein Weihnachtsgeschenk, mein größtes Weihnachtsgeschenk, ist natürlich meine Community. Ne, Spaß. Die juckt mich nicht, Leute. Ne, Spaß am Rande. Mann. Es wird echt mal Zeit, dass ich wieder Privat-Betwatch spiele. Ich war zwar nie am PC, aber das juckt ja nicht. Das ist ja irrelevant. Halt auf jeden Fall, Leute, wenn ich auf Reviant-Band bin, das ist übrigens mein großes Weihnachtsgeschenk, was ich eben erwähnen wollte. Dann werde ich wieder besser im BW sein. Glaubt mir. Ich verspreche es euch. Ich habe gerade mal Abuse und es hat sogar geklappt. Da bin ich jetzt schon sehr stolz auf mich. Muss ich halt ernsthaft jetzt schon so sagen. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich gerade mit Abuse reduced habe. Weil ihr kennt mich. Ihr wisst, dass ich das nicht kann. Und ihr wisst generell, dass ich gewonnen habe. Und da sind wir auch in der zweiten Runde, Leute. Wenn wir das gewinnen, dann sind wir die Bosskinder des Todes. Dann geht es auch ab. Und ja, auf jeden Fall bekomme ich eine schöne Sache. Und zwar einen Sweater. Dann noch die neuen NMD Cityslog. Die kennt ihr vielleicht. Jetzt ohne Scheiße. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, Leute. Aber Nerox Face muss doch heute buggen. Also es kann ja gar nicht angehen, dass teilweise wirklich halt alles bugt momentan. Ja, wenn es bei euch auch bugt, schreibt es mal so ein bisschen in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mehr interessieren. So, Leute. Leute, 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 Leute. Das ist das Weitere. Würde ich einfach mal sagen. Könnt ihr euch auf schön viele Aktivitäten freuen von mir auf YouTube. Ja, denn ich möchte jetzt mal die 10k. Demnächst. Das ist mein Ziel. Und auch auf Revy Aktiv-Feeders wiederbringen. Denn ich bin ja dann entbannt, Leute. Alter, ich bin so hype. Generell diese Ferien werden mit den coolsten Sommerferien, die ich hier hatte, glaube ich. Alleine schon, weil ich eben meinen Channel mit BW jetzt habe. Und nicht meinen Lame-Scheiß-3k-Channel, den eh keiner gesehen hat, ne? Ja, Leute. Ich habe jetzt den Premium-Plus-Rang auf FaceGG. Und ihr wisst, was das bedeutet. Ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Das bedeutet nämlich, dass ich da jetzt Unlimited-Rank-Matches habe. Und das bedeutet, dass ich da richtig viel Spaß habe privat. Also, Leute. Wenn ihr mich privat sehen wollt, ab und zu werde ich noch auf FaceGG gammeln. Wenn ich auf Revy Ant-Band bin, werde ich nur noch BW suchen. Aber das ist ja ein bisschen klar, ne? Man kennt mich ja. Man kennt mich als BW-Suchte. Und man kennt mich auch als den Abstauber. Achso, und ob ich gerade mit 4 oder 5 CPS den Typen geraggt habe? Ja, natürlich. Ihr kennt es vom Feuerstein, dem guten alten Legenden-Boy. Ja, Leute. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wie findet ihr Weihnachten? Feiert ihr das überhaupt? Ich weiß, dass bestimmt so 2-3% Minimum-Moslims sind von meinen Zuschauern. Also, halt geschätzt würde ich schon so sagen. So 2-3% und die Moslims, die feiern ja vor Weihnachten. Bei denen ist das ja dann tote Hose. Was ich auch ein bisschen nachvollziehen kann, ich meine, ist ja der Glaube. Ne, ich möchte ja hier nichts haten. Ich, ähm, kann hier mal ein Video zu meinem Glauben machen. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Und, ja, Leute. Ich würde halt einfach mal sagen, das war's mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, lass, Like, ne? Mich würde es wahnsinnig freuen, wenn ihr mal bei Maxani vorbeischaut. Das ist der liebe Tech-Maker. Pack-Maker von meinem 10K-Pack. Und, Leute, ihr wisst Bescheid, es ist bald soweit. Und dann, Alter, dann, Leute, dann geht's sowas von ab. Ich meine, wir haben dann fucking 10K irgendwann. Das ist einfach so viele. Äh, es sind einfach so viele Leute, Mann! Einfach frohe Weihnachten, Leute. Ähm, ja, wie gesagt, das Video, ähm, ja. Ich wünsche euch einfach frohe Weihnachten schon mal. Denn das Video ist halt, das Video ist am 23. online. Das bedeutet, am Weihnachten gibt's kein Video von mir. Aber was es geben wird, ist mein Stream. Der ist schön, ähm, ja, Samstag und Sonntag. Also Sonntag werde ich halt versuchen zu streamen. Ähm, ja, seid dabei. Ähm, ich würde einfach sagen, haut rein. Einfach mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt von BW, generell, wie ich ausraste, äh, ja, dann abonniert einfach mal. Wir sind bald vor der, äh, kurz vor dem 10K. Und, ja, ich würde einfach sagen, haut rein. Und, tschau! Und, ja, ich würde einfach sagen, haut rein.